So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier Let's Mine Together mit dem Echo. Der Echo ist glaube ich da oben, ne? Hallo. Wo bist du? Ein Stock über dir. Genau. Ja, wir haben, was haben wir letztens gemacht? Du hast hier das Glas ausprobiert, was eigentlich ganz nice aussieht. Ich wollte mir eigentlich so ein Ding hier machen. So ein Verzauberungstisch. Was, äh, glaube ich, hier oben sein soll. Moment mal, also die Zutaten, wo haben wir die? Der Mann ist hier so drin. Ne, Obsidian habe ich jetzt glaube ich bei den Hühnern da hinten gelassen. Ja, müsste ich kurz vorbei. Ich hole kurz Obsidian. Warte mal kurz, ich muss das jetzt hinkriegen. Ja, ich habe da extra Wasser hingepackt. So. Genau, und den Aufzug, den müssen wir doch irgendwie ein bisschen anders machen. und das rumbauen, weil, ja. Oder? Vorhin hat das nicht funktioniert. Ja, ganz unten habe ich versucht wieder hochzukommen. Ging aber nicht. Komisch. Alter, Walter. Alter, war Walter. Die Hühner, ne? Wir haben ja irgendwann, wird das extremst lang. Aber dann werden wir sie verspeisen. Ja, ja. Mit Freude. Ja, ja, das können wir machen. Aber dann musst du wahrscheinlich ran. Ach, ich bin der Schlechter. Was? Ich bin der Schlechter, ha? Der Schlechter der Verdammten. Der Wetter der Verfluchten. Ne, warte, wie ging das? Dein Ding. Du hast einfach, glaube ich, bei dir wird es weniger länger als bei mir. Ach so. Denk ich schon mal. Oh, schade. Da ist ein kleines Hühnchen gestorben. Oh. Machen wir Chicken Nuggets draus. Yay. Was wollte ich machen? Weiß nicht. Taubertisch. Taubertisch. Da brauche ich Obsidian. Brauche ich zwei Bücher. Das heißt Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir aber, glaube ich, mehr als genug da hinten irgendwo gepflanzt. Zuckerrohr. Und was war noch, ey? Leder. Genau, Leder brauche ich noch. Alter, wo habe ich Zuckerrohr? Echo, du bist oben, ne? Ich bin oben, ja. Von da oben siehst du, glaube ich, wo ich das... Ach so, da hinten. Ja, ja, das ist okay. Alles klar. So. Ist jetzt die Hälfte irgendwie im Wasser, aber ich lasse das. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. So. Okay, nice. Äh, dann Leder. Hast du Leder? Nö. Muss ich jetzt wirklich ne Kugelschlacht... Äh, ja, nein, du bist ja unten. Ah. Ich kann mal kurz in die Kiste gucken. Wahrscheinlich scham hier Leder. So. Da hatte ich gerade gucken, warum dir Aufzug nicht funktioniert. So. So sieht man den besser. Und? Perfekt. Muss natürlich einfach... Okay. Ja, stimmt. Weiß nicht, was los ist. Das Boot irgendwie... Ein bisschen verschoben. Ich habe nichts gemacht. Ich spür's dir. Ja, ich mach mir Spaß. Warte mal kurz. Vielleicht jetzt. Kann ich eigentlich jetzt noch? Moment. Kohle. Wertvoll. Will haben. Was hast du? Keine Kohle. Oh. Alter, das Boot, ne? Nervt. Egal. Ja. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. Ups. Es war zwar so, ups. Dann tüde ich mal die Kühe, die ich da gerade vermehrt habe vorhin. Müssen genau zwei dran glauben. Hey! Oh fuck! Gut? Nee, ich hab noch zwei Herzen. Zweieinhalb. Okay. Ohohohohoh. Funktioniert ihr Lipp jetzt? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, sagt er. So. Nee. Beim ersten Mal kannst du so einen Umweg machen. Da ist auf der Seite was offen, da kannst du so hoch. Und ab dann sollte es funktionieren. Weißt du, so ein Redstone-Ding, das ist ein bisschen übertrieben. Das zu bauen ist auch so spannend. Nee, das zweite funktioniert auch nicht. Ich weiß es auch nicht, bei mir ging es gerade. So, äh, Wollt, 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 Wollt. Wieder hab ich, oder? 4, 3. Okay, nice. Äh, das ist eigentlich alles, ne? Also Obsidian, 3 Büsche. So. Oh nee, es war eigentlich ein Buch, egal egal, spielt keine Rolle. So. Also, dann machen wir mit Zuckerrohr kurz diese hier. Hm hm hm. Was machst du? Runtergesprungen? Äh, ja in den unteren Stock. Ach so. So. Dann, glaub ich, so war das. Oder nee, so. Ach nee, das war es. So. Und so. Alter. Ich bin ein Verzauberer. Yay. Früher, im Mittelalter, da wurde ich noch gejagt, heute werde ich gefeiert. Sollen wir uns ein Portal machen? Oder lass uns zuerst hinlegen. Ach, jetzt schon? Okay. Ah. Komm, ey. Ab ins Heierbädchen. Und. JAHU. Blur 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 blur. Ne, wie ging dir der Sound, wenn du in ein Ding gehst? Ins Pokémon-Seite, oder was? Ne, ne. In so einem, äh, wie heißt denn das? So einem... Wartbröre. Was für eine Röre? Ja, genau. Genau. Ach, Mann. Ach so. Was ist Verzauberer ich jetzt, ist die Frage. So. So. Als erstes würde ich eigentlich gerne meine Spitzhacke verzaubern. Da fand ich nur 13 Level. Haltbarkeit, ja, Haltbarkeit. Haltbarkeit ist nice. So, das Schwert. Eis. Puh. 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 Stoß. Und. Bann. Rückstoß. Alter. Ich bekomm nur Crab. Mr. Crab. Ja, Minion? Ich bekomm nur Crab. �ab. Gebraint! So. Äh, bbbbbbB. Halt. ganzhaft so werfe ja endlich nice aber ich bräuchte eigentlich schon mehr eisen lol wie du gerade leuchtet hast du leuchtest immer noch warum ach du heilige komisch das gibt ja augenkrebs oh danke hä was machst du hier ich baue eine fachade fuck lass mich mein hä ach so ach so ok ich kapier trotzdem irgendwie nichts ja lass es achte oh fast tut also ich baue mir kurz ein ding hier ich gehe mal kurz in den nether mach mir wie heißt das in die du willst in die hölle alles klar kommst du auch mit gerne sind wir dafür noch genug ausgerüstet ja ja wo bist du wir haben auch hier schon so oft äh hier hinten ist immer so eine geile beschreibung rechts hinter dir guck mal so richtigen wasserfall ah ja da unten warte ja keine ahnung holz holz den Fehler mache ich nicht nochmal jaja wir können eh eh schnell zurück kein ding ach so ok und jetzt habe ich von dir ein verzaubertes schwerz verzaubertes holzschwerz bekommen ja das ist nur crap ich wollte es dir einfach nur in dein inventar schmuggeln ich muss dir nachher noch kurz zeigen wie das funktioniert so um zu zaubern brauchst du einfach lapis ich baue mal hier so eine kleine hülle weil das muss ja natürlich auch geil aussehen das text der pack äh ne der shader geht gerade durch das ist bei mir auch so wenn ich eine fackel aber hinpacken nicht mehr ne bei mir immer noch ich sehe alles als wäre es taghell nix mit hülle taghell taghell wie ist es? es ist taghell läuft echo ja wie willst du es denn nennen? der taghell als wäre es taghell als wäre es taghell taghell ok hört sich aber nicht richtig an ja du wenn wir über den Punkt angekommen sind was würdest du damit sagen? ja die heutige Jugend die hat ja sowieso Schwierigkeiten mit der Grammatik sag ich mal naja ist aber nicht unser Problem keine Lehrer ja wobei die eben eigentlich auch heuschen ja egal ne die kümmern sich aber auch nicht so die machen einfach ihren Job und denken ja wer zuhören will soll zuhören wenn ich den ist eigentlich scheißegal weißt du was ich meine? die Lehrer ja ja I know it I know it aber ich hatte ziemlich Glück eigentlich ich muss Schäden zugeben mit den Lehrer äh so ich auch so die sind zu groß keine Ahnung I don't know ach so die müssen Steinschmeinker lol was ist denn das? das ist das Total ja genau ähm und du wieder am funkelnd wie ein Heller oh 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 ich hab was vergessen hast du Kies dabei? Kies? nö haben wir Kies in der Nähe hast du Lava dabei vielleicht? nein und letztens? hab ich schon verbraucht ok äh dann brauch ich schon kurz Kies Kies oder hast du so ein äh wie heißt das? warte mal kurz ist das Kies? achso ich hab hier Kies Moment mal kurz ne Schaufel hast du? ja aber die hält auch nicht komm mal kurz unten trotzdem die werden wir eh wo bist du? egal ich komme gleich hoch warte kurz ähm so ich bin gleich wieder da Arm der Magier verschwindet einfach so ah da ja wie gesagt ich bin ja jetzt Hexter äh Ding kannst du das abbauen hier? mit der Schaufel? mit der Schaufel? ja so wir haben es eigentlich schon äh du hast einen Flint bekommen kannst du mir den geben? da Feuerstein bitte sehr Eko pass auf pass auf pass auf alter ich hab dich grad gerettet was zur Hölle? die Kuh wollte dich angreifen wieso? weiß doch nicht hier ich mach nur Spaß so warte äh so ein Feuerzeug und jetzt kennen wir eigentlich schon los wir müssen eben so ein Feuer da hinpacken oder willst du das machen? komm mach du das ne komm äh äh nimm das und dann ziel genau hier wo ich stehe und mach da Feuer warte mach da ein Feuer hin genau jetzt können wir im Prinzip da rein komm wir haben ja nicht traut warum traust du mir nicht? ja du stehst mir hilfst da kommen und wir kommen da hä? was passiert? bist du durchgekommen? ich irgendwie nicht was ist los? ich hör Zeugs und das klingt nicht normal what the fuck? geh mal raus ich komm da nicht durch hä? geh mal hin was ist denn so viel? müsste ja eigentlich funktionieren warte mal kurz ich mach hier hinten wobei das hat eh keinen Einfluss drauf ich mach's mal ne ich seh immer noch dich komisch normalerweise müssen wir jetzt hier portiert sein vielleicht weiß es einer von den Zuschauern wir wären natürlich froh wenn irgendjemand von euch uns schreibt warum das jetzt nicht funktioniert aber äh ich verstehe es wirklich gerade nicht normalerweise müssten wir jetzt eigentlich für dich durchgehen vielleicht hast du ein bisschen zu dürfen? ne 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 keine ahnung ich weiß es auch nicht vielleicht ist einfach diese verdammte Kuh hier schon ich weiß das nicht ja die Kuh ist schuld ähm nein hier so äh ich geh noch einmal was haben wir noch? ich geh noch einmal die Eier die Eier die Hühner vermehren und dann ist es wieder mal Zeit to say goodbye I just call tussi arrivederci hohooo genau so ging der Song alter genau so man diese Lift funktioniert immer noch nicht was ist denn hier los? weiß es nicht der Hauswart hat halt keine Ahnung ne ja ich als Klempner kann da nichts tun ich bin kein Lifttechniker aber du kennst dich halt schon mit ja 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 könnte es aber ja wobei warte mal kurz ach komm gibst du du willst nur die LP wieder in die Länge ziehen ja das ging die zu schnell wie hoch gekommen sind dann bist du nicht auf deine 15 Minuten gekommen genau ich hab's extra so manipuliert also äh vorhin wo wir kurz AFK waren also nicht äh in der Aufnahme da bin ich kurz hin und habe alles manipuliert damit genau meine Folge länger wird als deine wow von wo bist du jetzt hier gekommen du scheißviech das ist auch geplant Mistinge das war ne geile äh quasi Explosionen aber komisch dass es nicht funktioniert ich weiß nicht warum das nicht es sollte eigentlich wirklich funktionieren ich verstehe es nicht dazu sag ich nur hey hey der Fahrerkette nee nee ich äh ist ein bisschen komisch grad aber wie gesagt wenn es irgendjemand weiß bitte gerne unten in die Kommentare schreiben naja stimmt äh genau warte mal kurz ich komme auch gleich hoch wie die Zeit einfach zu schnell vergeht ey okay ich verstehe nicht warum der Lift nicht funktioniert Erg hoch ich auch nicht wie gesagt mit Dreadstone könnten wir es machen aber das ist ein bisschen ziemlich aufwendig und so in dem Let's Play ich mein ja dauert es halt schon weißt du was aufwendig ist so wie Gronk 1000 Folgen zu machen das ist aufwendig ja der macht der ja aber ja aber ihm ist es anders der hat auch irgendwie so Dings bekommen der hat natürlich immer Tipps bekommen was er wie machen soll und so und ja deswegen das ist schon ein bisschen anders vor allem wenn dir so viele zuschauen okay legen wir uns ins Bett können wir schon unbedingt aufhören können wir machen und nichts weiter 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 das muss einfach sein das hat so gut gepasst ja Freunde das war es mit der Folge ich hoffe ihr hattet Spaß ich hatte auf jeden Fall Spaß und siehst du dich gerade aus ne ne nur dein Kopf achso geh weg los ja wie gesagt ich hoffe dass ihr Spaß hattet wenn ja dann lasst uns beiden doch gerne einen Daumen hoch da und schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei da sind beide Kanäle verlinkt ich in meinen also nee er in meinen ich in seinen genau ja und ja what the fuck wenn ihr weiterhin unsere Video sehen wollt abonniert uns doch einfach und ja ich würde sagen bis zur nächsten Folge wenn ihr Tipps habt zu dir zu dem geilen Portal da hinten schreibt es auf jeden Fall genauso unten in die Kommentare haut rein bis denne ciao tschüss 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 Vielen Dank.